Wir haben heute die virtuelle Skipiste aufgebaut. Passend zum Winter ohne Schnee haben wir uns gedacht, wir bringen einfach die Abfahrtspiste in die City Arcade rein. Ja, das kann jeder austesten und das ist ein bisschen eine animierte Geschichte, aber man muss schon richtig mitmachen. Es schaut sehr kompliziert aus, man braucht ein paar Schwunge bis man reinkommt, aber irgendwann nach einmal hat man es draußen, die Stecken einfach in die Hand nehmen, richtig weit nach vorlehnen und auch in die Abfahrtspositionen. Das Wichtigste ist sturzfrei zu bleiben, weil halt doch ein paar Hindernisse in der Strecke drinnen sind. Man muss also auf die Hügel aufpassen, auf die Farmer und wenn man springt auch das Gleichgewicht halten und schön in die Hocke gehen. Meine Taktik, ich habe eigentlich bei den anderen Leuten zugeschaut, aber ich tue so auch gern Ski fahren. Deswegen hat mir das wohl getaugt, dass das auch da in die City Arcade die Möglichkeit gibt, so eine Spiele ab und zu zu machen. Kontrolle habe ich in die Hand genommen und habe mich in die Hocke gegangen und dann habe ich angetaucht und bin losgefahren. Was war meine Zeit? Ja, die war schlechter als die von meiner Tochter. Die ist nach mir gefahren, aber die kann das besser, weil die übt auch heim immer. Ganz tief war ich, also ich habe mich so tief runtergepuckt, also ich habe einfach die Hocke genützt und leider das Gewicht hat auch gepasst und somit habe ich den perfekten Speed gehabt. Man hat sich da auf die Füße gestellt, also eine neue Bestheit hoffe ich einmal, gegen meine Zwillingsborder. Ich glaube einfach Glück und Beobachtung, also eine Motivation und gute Einstellung und schauen, dass ich einfach gewinne. Es gibt jeweils einen Tagessieger, die drei Schnellsten, die gewinnen Tourerhöhe Skikarten und City Arcade Gutscheine und dann gibt es noch den Gesamtsieger. Der Schnellste, der in diesen zwei Tagen diese Piste bewältigt, bekommt ein paar Blizzard-Ski von Herbis. Also nicht wie unten nur aufgezeichnet, sondern wirklich wo ich mit den Skischu einsteigen kann und dann wirklich auf der Tour auch einmal runterflitzen kann und wirklich da auch noch einmal meine Zeit unterbieten kann, je nachdem wie schnell ich halt da jetzt war beim virtuellen Skifahren.